Unter dem Schutz der Anonymität vergessen viele Zeitgenossen im Web ihre gute Erziehung. Sie pöbeln, schimpfen und diffamieren in Blogs und Foren. Sie müllen Kommentarfelder und Chats voll. Bereits jetzt verlangen viele Blogbetreiber von Kommentatoren eine Identifikation via Facebook oder Twitter, um vor den anonymen Horden wenigstens eine kleine Hürde aufzubauen. Wie könnte es übermorgen weitergehen mit der Anonymität im Netz? Nach einigen Startschwierigkeiten und Nachbesserungen der Hardware entwickelt sich 2013 die Identifikation mit dem elektronischen Personalausweis zu einer Erfolgsgeschichte. Online-Shops und Auktionsplattformen bestehen schon bald auf die staatliche ID-Karte. In der Folge sinken die Fälle von Online-Betrug auf ein nie dagewesenes Niveau. Andere Länder in Europa wollen diesem Beispiel folgen. 2014 entgeht die französische Nationalversammlung nur knapp einem Bombenanschlag. Schnell stellt sich heraus, dass die Täter über einschlägige Foren kommuniziert haben und dort wahrscheinlich über anonyme Nutzer an die Bombenbauanleitungen gekommen sind. In der Folge fordern konservative Politiker und Medien in ganz Europa das Ende der Anonymität im Internet. Schon vor vier Jahren forderte mein Parteikollege Axel Fischer ein Vermögensverbot im Internet. Spätestens jetzt sollte jeder sehen, wie richtig diese Forderung ist. Es kann nicht sein, dass Straftäter im Web sich weiterhin hinter irgendwelchen Pseudonymen verstecken. Das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein. Die Kampagne hat Erfolg. Der sogenannte Fischererlass verpflichtet alle Bürger Europas, sich im Web eindeutig zu identifizieren. Betreibern, die anonyme Nutzer in Chats, Foren oder Blogs zu Wort kommen lassen, droht ein hohes Bußgeld. Gleichzeitig wird ein totales Verbot von Datenverschlüsselung erlassen. Zwar kann man sich noch problemlos anonym auf ausländischen Websites bewegen und dort alle Dienste ohne eindeutige Identifikation nutzen. Diese Möglichkeit hat allerdings einen Haken. Um sicherzustellen, dass die Nutzer das Fischer-Gesetz nicht über den Auslandsumweg umgehen, werden sämtliche Internetverbindungsdaten vom Provider gespeichert, inklusive aller Anmeldedaten, also Usernamen und Passwörter. Die Vorratsdatenspeicherung, gegen die wir damals gekämpft haben, ist im Vergleich dazu ein Witz. Seit 2018 gilt ein europaweites Diskriminierungsverbot, doch das ist oft nur graue Theorie. Aus Furcht vor beruflichen Nachteilen oder neugierigen Nachbarn melden sich viele Nutzer von ehemals anonymen Kommunikationsplattformen ab. Schwulenforen schließen, ebenso wie Selbsthilfegruppen von Depressiven, Alkoholikern oder Essgestörten. Gemeinsam mit der Anonymität verschwindet auch die Vertraulichkeit. Im Jahr 2019 stellt die Rechtsaußenregierung von Ungarn sogenannte staatsschädliche Äußerungen unter Strafe und beginnt damit, kritische Blogger zu verhaften. Was man zuvor nur aus Ländern wie China oder dem Iran kannte, ist plötzlich auch mitten in Europa möglich. Die Bundesaußenministerin bedauerte das Vorgehen der ungarischen Regierung und kündigte an, es beim nächsten EU-Gipfel kritisch zur Sprache zu bringen. Gleichzeitig wies sie einen Zusammenhang zwischen den Verhaftungen in Ungarn und dem Fischererlass von sich. Das, so die Ministerin wörtlich, seien zwei Paar Schuhe. 2022 ist aus dem einstmals wilden Web eine brave und langweilige Veranstaltung geworden. Etliche Länder haben es dem europäischen Vorbild gleichgetan und ihr Netz gläsern gemacht. Das Internet gleicht nun einer amerikanischen Shopping-Mall. Man kauft ein und trifft sich, um Belanglosigkeiten auszutauschen. Man ist dort zwar sicher vor Kriminalität und Anpöbeleien, wird aber auch permanent beobachtet und macht sich schnell verdächtig. Politische oder weltanschauliche Debatten finden kaum noch statt. Zwar sagt es kein Politiker laut, aber hinter verschlossenen Türen sind sich Regierungs- und Oppositionsparteien einig. So kann das Internet bleiben. Ein paar wenige Länder haben den Trend zum gläsernen Nutzer nicht mitgemacht. Island zum Beispiel. Hier kann man anonyme, verschlüsselte Internetzugänge und Server anmieten. Man kann ohne staatliche Kontrolle seine Meinung sagen und Debatten führen. Doch der Zugang über den Inselstaat im Norden ist kostspielig. Und so gönnen sich nur Mitglieder der Info-Elite ihre täglichen 15 Minuten Anonymität. Einige hoffen, aus diesen kleinen Anfängen könnte irgendwann ein neues, ein ungeregeltes und nicht überwachtes Netz entstehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017